ich habe nach unten gedrückt aber sowas von man und damit meine lieben freunde begrüße ich ganz herzlich zurück zu super mario maker 21 level per day da coin hunt von sam crowe ein jumping challenge eine erfolgreiche 163 versuchen gab es eine abschlussrate von 0,61 prozent oh mein gott 29 leute haben gespielt vier herzen hat es bekommen jetzt wollte ich mich echt herausfordern mit den ganzen der billen sammle alle 30 münzen dass sie immer nicht alle haben ist ist er so gut aus der anfang ist ein bisschen schick geht er ist wirklich tricky das sollte auch eine ab eine siegesbedingung landen geknüpft hast du natürlich noch mal was anderes weil es gibt auch noch keine checkpoints und das ist dann wieder zack und weg ist er muss jetzt mal gucken was erwartet mich da ein trampolin das ist jetzt wirklich wieder so lernen durch schmerzen und man sieht hier schon wo die meisten leute immer fehlen das ziel ist so nah und doch so fern beim ersten mal so gut und dann jetzt beim dritten mal glaube ich war es auch beim ersten mal es ist ja es ist ja die es ist ja we Ich schaff das Timing noch nicht. Mann! Ich hab nach unten gedrückt, aber sowas von. Mann! Genau. Den ersten darf man gar nicht mitnehmen, also für Speedrunner no chance, glaube ich. Ich hab da noch 3D-Wolt, ey. Mann! Was? Den verstehe ich jetzt noch gar nicht. Was du da von mir möchtest an der einen Stelle mit dem Sprungbrett, das verstehe ich jetzt noch nicht. Ah, shit. Der war definitiv zu früh. Wie Mario noch nach links geht, aber trotzdem so in die Stacheln reingesaugt wird. Ich wusste haargenau, dass es zu spät war. Danke. 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 Ich bin durch seinen Kopf durch. Ich bin eiskalt durch seinen Kopf durch. Das ist echt das Schlimmste. Diese Hitboxen hier bei 3D-Wolt. Die Hitboxen hier sind echt die Schlimmsten bei 3D-Wolt, ey. So war's von. Ah, dafür, dafür kann der Ersteller nix. Ja doch, er hat 3D-Wolt ausgeweht, ne? Danke. Danke. Also, ich lass mich jetzt einfach mal laufen, 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 laufen und mache jetzt hier... Okay, gut. Jetzt weiß ich, was er will. Der Pauki macht mir jetzt gerade so. Okay, gut. Okay. Der Sprung ist echt auch wieder fies. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den noch schaffe. Komm. Ernsthaft. Oh, oh, no. Klar. Klar. Klar musste der kommen. Es sind immer diese Milli-Kunden, die dann da manchmal echt... Ich wollte grad sagen. Du brauchst nicht die Stachel küssen. Okay. 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 Das Timing ist hier sowas von... ...keine Ahnung. Hallo. Oh, oh, no. Oh, oh, oh. Man muss 30 Münzen sammeln, aber hier zum Beispiel, in dem Bereich, gibt es zum Beispiel gar keine Münzen. Keine Ahnung, warum das jetzt funktioniert hat. Moment, hier sind auch Münzen drin. Du musst jetzt den allen 30 zählen, ne? Okay. Okay. Oh, shit, 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 shit. Mon appétit, Monsieur Piranha. Okay, wir hatten zu dem Zeitpunkt elf Stück. Ich liebe Hammer, Brüder. Oder Feuer, Brüder, wie auch immer. Eigentlich so ein richtiges Level für Raphael. Was ich immer so schön sage. Zu früh nach links gedrückt. Ich habe extra noch gebremst. Ich habe extra noch gebremst. Hier warten, warten und dann hier so das Ganze machen. Okay. Das funktioniert doch jetzt gerade gar nicht. Das funktioniert doch jetzt gerade gar nicht. Geht so aus wie der letzte Versuch. Mann! Farsch mich nicht wieder gut. Gut. Jawohl. Okay. 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 Wir gucken mal. Was wir vielleicht noch so aus dem Level herausfinden. Halt. Ich habe die Abschlussarte jedenfalls schon mal runtergedrückt. Finden wir hier noch irgendwas heraus? Nö. Das Einzige, was wir jetzt herausgefunden haben, ist, wir hatten elf Münzen. 30 brauchen wir. Wir hätten jetzt hier noch fünf Stück bekommen. Dann wären wir bei 16 gewesen. Das heißt, irgendwo fehlten mir noch 14. Münzen. 14 Münzen. Ja. Und wenn man sich das hier anguckt. Diese Stelle kennt man ja. Ne? Ähm. Ja. Also. Nettes Level, aber ist schon knackig und gerade wieder Mario 3D World. Ah. Das ist eine Krise. Da sind die Hitboxen sowas voll für den Hintern. Aber nun gut. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trout Rhein. Tschö. 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 Tö. לפ. Tö. 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 Bis zum nächsten Mal.